Hey Leute, hier ist Ledator. Heute möchte ich mit euch zusammen das vorinstallierte Windows Schachspiel Chess Titans ausprobieren. Es ist, wie gesagt, bei den meisten Windows Versionen, die etwas neuer sind, vorinstalliert und unter dem Windows Spiele Ordner zu finden. Und ja, es soll hier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geben, wie man gegen den Computer spielen kann. Und ja, die wird man wahrscheinlich hier unter Option auswählen können. Und ein Bekannter von mir meinte, dass Stufe 8 so gut wie unbesiegbar sei und dass er noch nie gegen Stufe 8 gewonnen hätte. Und ja, wenn er Stufe 8 so schwierig fand, dann probieren wir es mal mit Stufe 10 und schauen mal, was wir da so erreichen. Okay, ich starte mit den weißen Steinen. Ich spiele mal E4. Das Programm scheint schon mal relativ lang zu rechnen für den ersten Zug. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. In der Regel sind die Schachprogramme sehr schnell. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass das Programm von der Schwierigkeit her wahrscheinlich an einen menschlichen Spieler angeglichen ist. Denn wenn es auf voller Spielstärke spielen würde, oder die meisten Schachprogramme, wenn sie auf voller Spielstärke spielen würden, dann werden sie den Menschen oder einem typischen menschlichen Gegner in der Regel haushoch überlegen. Also ich hoffe doch schwer, dass es hier noch einigermaßen menschlich bleibt. Okay, also das ist die französische Verteidigung, was Schwarz hier spielt. Das hatten wir schon in sehr vielen Let's Plays von mir. Und ja, eine sehr bekannte Eröffnung. Ich spiele dieses Mal die Abtauschvariante. Und ja, er wird hier wahrscheinlich mit den Bauern zurücknehmen. Und dann sollte alles seinen gewohnten Gang gehen. Läufer entwickeln, Springer entwickeln. Und dann schauen wir mal, was wir gegen Stufe 10 so anrichten können. Was wir so reißen können. Läufer entwickeln ist hier in dieser Position grundsätzlich wohl ein guter Zug. Dann den Springer entwickeln, schnell rochieren. Und dann sollte weiß recht solide stehen. Oder mal zumindest nicht schlechter als schwarz. Ja, mal schauen, was schwarz hier erwidert. Vielleicht c6 oder entwickelt er seinen Springer? Er entwickelt seinen Springer. Okay, dann möchten wir das ihm gleich tun und diesen Bauern, den er angegriffen hat, mit diesem Springer gleich mal verteidigen. Und dann möglichst schnell rochieren, den König ins Sichere bringen. Ja, mal schauen, was er jetzt so macht hier. Ihr könnt jetzt den Springer rausspielen. Vielleicht. Ah nein, er spielt den Läufer raus. Okay, er möchte den Springer fesseln, um dann diesen Bauern hier abzugrasen. Das funktioniert aber in der Regel nicht. Entweder ich spiele jetzt hier meinen Bauern nach vorne oder den Läufer hier hin. Also den Bauern hier eins nach vorne ist sehr häufig gesehen in der französischen. Aber wobei eher für schwarz, ja. Sollte aber für weiß auch spielbar sein. Oder ich könnte meinen Springer hier hin entwickeln. Kann ich natürlich auch machen. Auch machen. Aber dann ist mein Läufer nicht so frei. Und vielleicht sollte ich doch lieber den Läufer erstmal rausziehen. Ja, aber dann droht, dass der Springer vielleicht hier hinkommt. Oder was heißt droht? Ah, ich spiele tatsächlich diesen Bauernzug hier. Ja, der deckt hier diesen Bauern und verhindert, dass der Springer hier mal nach vorne hüpfen kann. Und gleichzeitig kann vielleicht die Dame hier mal irgendwann raus. Vielleicht auf B3 oder A4. Ja, sollte alles noch einigermaßen okay stehen. Läufer dann vielleicht hier auf diese Position. Okay, das ist schon frühes Schach. Ja, er möchte natürlich jetzt hier wahrscheinlich irgendwelche Tricks anwenden. Ich könnte jetzt natürlich einfach mit der Dame dazwischen spielen. Relativ unspektakulär. Oder mit dem Läufer. Oh, mit dem Läufer gefällt mir noch besser. Aber mit diesem Läufer. Weil wenn ich mit diesem hier dazwischen spiele, schlägt er hier einmal kurz raus. Und ich bekomme einen Doppelbau. Ich kann nicht mir den Läufer zurücknehmen, weil er gefesselt ist. Also spiele ich mal diesen Läufer hier dazwischen. Und anders als im Online-Schach haben wir hier, ja, recht unbegrenzt Zeit. Das ist das Gute. Und, ja, ich hoffe doch, dass das hier dann auch zu einem guten Ende kommen wird. Er wird wahrscheinlich hier groß roschieren. Ja. Eine Schwachstelle ist hier ein bisschen diese Diagonale. Da sollte er dann nicht irgendwie so den Bau hier zwei vorspielen. Er droht immer. Wobei, der kann ja einen Springer noch dazwischen spielen. Ich warte erstmal roschieren. Dann vielleicht den Turm hier rüber bringen und auf die Dame abzielen. Ja, also er steht hier schon so ein bisschen offen mit seinem König. Ich stehe hier, behaupte ich, etwas solider. Ja, aber das ist alles noch ein bisschen früh, um irgendwas zu sagen. Also beide haben sich, denke ich, korrekt entwickelt. Und ich denke, ich stehe mal nicht schlechter. So, den Turm rüber sieht vernünftig aus. Er könnte natürlich den Springer vorspielen. Aber dann könnte ich meinen Springer entwickeln und dann auf Abtor spielen. Und dann sollte alles in Ordnung sein. Sehe ich jetzt hier nicht, was da ein ernstes Problem sein sollte. Den Springer kann ich dann mit dem Läufer immer noch zurücknehmen. Der Springer hier ist ja gefesselt immer noch. Vielleicht sollte ich hier mal den Bauern eins vorspielen. Nicht, dass die Fesselung mir noch irgendwie Probleme macht. Moment, jetzt ist seine Dame hier erstmal in einer indirekten, oder in so einer Drohung drin oder indirekten Angriff. Kann ich da irgendwas rausholen? Ich könnte natürlich den Läufer wegspielen, vielleicht hier hin. Das war mein erster Gedanke, weil dann ist der Springer angegriffen und seine Dame. Nein, dann schlägt er hier den, den hier wahrscheinlich raus. Moment, ich schlage, Moment, ich schlage, ich gehe mit dem Läufer da hin. Dann schlägt er vielleicht den raus. Aha, aha. Dann schlage ich hier mit dem Bauern raus. Wie will er dann den Springer noch verteidigen? Beziehungsweise, wie kann er da noch was reißen? Moment, das muss ich jetzt nochmal durchrechnen. Läufer zieht hier hin. Also was anderes als Läufer schlägt, sehe ich hier jetzt nicht. Der Springer darf nicht ziehen, weil sonst die Dame hängt. Also wenn der Läufer hier hinzieht, hängt erstmal die Dame. Also Läufer schlägt, Bauer schlägt. Läufer schlägt, Bauer schlägt. Dame ist angegriffen und Springer ist angegriffen. Und ich sehe nicht, wie er mit dem, wie den Springer retten will und gleichzeitig, ah, da kann er noch hin mit der Dame. Ah, das kann er noch machen. Das kann er noch machen. Schade. Schade. Hm, dieses Feld würde ich ihm gerne nehmen. Sehe aber jetzt nicht genau, wie. Also gut, ich glaube, das ist noch zu früh, den Läufer hier diesen Abzug gleich auszunutzen. Ähm, ich vertreibe mir erstmal den Läufer. Ähm, weil diese Fesselung ist immer so ein bisschen unangenehm. Vielleicht hätte ich auch meinen Springer erst entwickeln sollen. Ich weiß nicht genau. Ähm, ja, aber ich denke, der Läuferzug war noch in Ordnung. So, jetzt könnte ich meinen Springer entwickeln und das mache ich jetzt auch. Ich wollte eigentlich erst mit dem Springer hier hinspringen. Aber ich hoffe, dass mir diese Möglichkeit immer noch offen steht, solange er nicht hier den Bauern eins fortzieht. Aber dann könnte ich vielleicht auch noch ins Zentrum springen, wenn ich möchte, wenn sich das lohnt. Oder mit dem Läufer hier auf dieses Feld und dann vielleicht in Richtung König zielen. Okay, er gibt mir dieses Feld. Dann nutze ich das doch auch mal. Ich hätte es auch mit dem Läufer nutzen können. Oh, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Oh, mit dem Läufer nutzen. Mit dem Läufer nutzen sieht auch nicht schlecht aus. Hätte ich vielleicht doch lieber mit dem Läufer. Weiß nicht genau. Okay, jetzt ist wieder diese... Okay, wo zieht denn seine Dame hin, wenn ich den ziehe? Da nach hinten. Das sieht aber alles so instabil aus. Das muss doch jetzt mal irgendwann zusammenbrechen. Hält noch erstaunlich gut. Vielleicht sollte ich hier auf dem Königsflügel dann mal nach vorne gehen. Also Läufer hier sieht erstmal gut aus, weil die Dame ist angegriffen. Der Läufer steht auf einer besseren Diagonale. Alle Figuren spielen hier toll mit. Ja, die Läufer stehen sehr gut. Springer stehen gut. Der Turm steht sehr gut. Eigentlich nur dieser Turm hier könnte noch etwas mehr in Aktion treten. Aber da ist auch schon was geplant. Nämlich mit diesem Bauernvorstoß hier. Und dann werde ich versuchen auch diesen Turm hier mehr ins Spiel zu bringen. Jetzt könnte ich hier mit diesen Bauern oder mit diesem Bauernvorstoß. Dieser Bauernvorstoß sieht für mich logischer aus. Um diesen starken Springer erstmal wegzukriegen. Ja. Das ist auch so ein Schwachpunkt ein bisschen. Aber da komme ich nicht irgendwie weiter drauf. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach vorne. Mit dem Plan hier. Mit dieser Bauernvorstoß hier weiter nach vorne zu laufen. Und mit der Unterstützung von Läufer, Springer und Dame und Turm. Und vielleicht nur diesem Läufer hier. Sollte da doch vielleicht was möglich sein. Hm. Okay. Ich denke ich ziehe jetzt mit der Dame erstmal hier ein bisschen zurück. Oder was heißt zurück auf C2. Ich möchte, dass er vielleicht diesen Turm abtascht. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Weil dann bekomme ich einen weiteren starken Turm. Oder bekomme ich einen starken Turm. Und seiner bleibt weiterhin noch da hinten. Und da braucht er erst eine Weile mal, um den irgendwie hin zu wieder. Okay. Hm. Ja, dann gehen wir mal zurück. Ich denke, das muss, ist hier wahrscheinlich nicht anders zu machen. Um dann vielleicht aber wieder hier vorzugehen. Das sieht mir auch sehr lecker aus. Hier da vorne. Sehr köstlich hier, dieses Feld. Da will mein Springer hin. Salami Springer. Was macht er denn jetzt? Er geht jetzt hier nach vorne. Hm. Hm. Wenn er nochmal eins nach vorne geht, sieht das schon ein bisschen. Ja, der ist ja recht schnell, muss man echt sagen. Ja, aber ich bleibe hier erstmal auf dieser Diagonale. Ich denke, da ist mein Läufer immer noch stark. Ein bisschen Respekt habe ich hier vor diesem Zug, wenn der Bauer hier eins vorzieht. Na, da habe ich schon Respekt davor, was dann passiert. Wenn ich den nehme, könnte er mit dem Springer nehmen, vielleicht mit dem Tommy auf die Linie gehen. Sieht alles so ein bisschen bedrohlich aus. Ich muss echt vorsichtig sein, ja. Sieht bedrohlich aus. Okay. So, aber jetzt hilft er ja ein bisschen mir hier, wenn er mir hier in die Arme läuft. Ich meine, du hast mir recht, wenn er hier an diesem Flügel, am Damenflügel spielt. Weil dann spielt das eigentlich nur mir in die Arme. Wenn er am Königsflügel spielt, dann sieht das gefährlich aus. Ja, dann spiele ich mal weiter am Damenflügel, oder? Sieht ganz vernünftig aus. Und wird versuchen, hier seine Stellung aufzuknacken. Vielleicht, wenn er mit dem Springer, er wird doch nicht an den Rand ziehen, oder? Wird er an den Rand ziehen? Nee. Okay, ich könnte jetzt mit dem Läufer schlagen, oder ich könnte aber mit dem Bauern schlagen. Das sieht mir noch viel besser aus, weil dann kann Dame und Turm, dieser Verbund, vielleicht hier nach hinten kommen. Und der Läufer steht eigentlich recht gut da. Ich denke, ich kann das mal probieren. Und dann versuchen, weiter an seine Stellung vorzudringen, weil wenn der Springer hier wegzieht, wird dieses Feld hier frei. Und da kann vielleicht mein Springer hier endlich hin, sein Traumfeld hier zur Verwirklichung bringen. Okay, hm. Jetzt kann ich aber, ist da hinten alles ziemlich ungedeckt. Wie wäre es mit Dame hier hin, dann Dame hier hin, wenn ein König erst da hinzieht, dann mit Turm hier verdoppeln. Und dann, oh. Da muss er ja schon fast mit dem König wegziehen, um das Ganze noch irgendwie zu verhindern. Und das sieht so gut aus, der Damenzug hier. Also, ich denke, den muss ich gleich machen. Da muss ich gar nicht so arg viel nachdenken. Ich denke, der müsste ziemlich gut sein. Sieht recht gut aus mal, auf den ersten Blick. Ich bin mal gespannt, wie er das entkräften will. Man sieht hier ganz klar die Schwächen seiner Stellung, ja. Er hat den Turm hier überhaupt nicht ins Spiel gebracht, ja. Er spielt gar nicht richtig mit da. Und hier ist alles offen. Bei seinem König ist alles offen. Und das, das könnte ihm zum Verhängnis werden. So. Hätte ich vielleicht doch einen Turm hinspielen sollen. Dann könnte ich jetzt mit dem Turm Schach gehen und dann mit der Dame irgendwie auf dieses Feld und diesen Springer hier irgendwie abbekommen, ja. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich mache einfach mal hier, gebe hier mal Schach. Er muss mit dem Springer dazwischen. Dann könnte ich auf diesen schwachen Punkt vielleicht losgehen. Oh, oder ich könnte mir den Bauer vor. Oh, das sieht auch gut aus. Er darf nicht schlagen, weil sonst, sonst schlage ich den Springer mit der Dame und der Läufer ist dann noch hier auf dieser Dame drauf. Das sieht alles nicht mehr so toll aus für ihn. Das sieht sehr bedrohlich aus. Okay. Also, erste Alternative hier mit dem, oder erste Möglichkeit mit dem Bauern eins nach vorne ziehen. Zweite mit dem Springer hier hinziehen. Dritte mit dem Turm hier hin und dann mit dem Turm da hin, um dann hier mit Schach und wahrscheinlich Springerverlust zu drohen. Obwohl, ja, Springerverlust vielleicht nicht. Ab Bauernverlust mindestens. Und dann gleichzeitig stellungsmäßigen, äh, stellungsmäßigen Problemen. Ja, aber Bauer hier vor sieht mir fast noch besser aus. Moment, was, was kann er denn da überhaupt machen? Kann er den nochmal decken? Nee, dann schlage ich einfach durch. Er kann mit dem Springer hier hinziehen. Das sehe ich nicht, was er da noch machen will. Geh mal mit dem Bauer vor. Dieses Turmmanöver kann ich sonst immer noch durchführen. Aber ich sehe hier keine wirkliche Verteidigung mehr für ihn. Oder habe ich was übersehen? Hat er noch irgendeine Möglichkeit, diese Drohung hier irgendwie zu parieren? Es sind mehrere Drohungen. Ähm, das hilft ihm aber nicht, oder? Dann schlage ich mit dem Läufer hier rein. Oder ich schlage sogar mit dem Bauer rein. Und womit ist es schon matt? Nein, es ist noch kein matt. Schlage ich mit dem Läufer. Moment. Ähm. Hm, ich könnte mit dem Bauer reinschlagen. Und dann hier das sonst zu Damien machen vielleicht. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Er hat ja keinen Schach oder so. Was ist, wenn ich mit dem Läufer reinschlage? Nee, ich schlage mit dem Bauer rein. Nein, weil den kann ich immer zur Dame machen hier mit dem Schlagen. Dann habe ich eine zweite Dame. Und ich meine, ja, der Bauer kann er ja nicht nehmen, weil der noch von dem Läufer hier gedeckt ist. Also, das ist jetzt echt schwierig. Mhm. Auch das hilft ihm aber nicht, weil ich meine, da kann ich ja den einfach nehmen. Oder was hat er da jetzt? Gibt es Angst? Nee, ich glaube nicht. Sie fragen noch, ob ich mit dem Bauer nehme oder mit dem Springer. Aber mit dem Springer sieht irgendwie besser aus. Ich nehme mal mit dem Springer. Wenn er nämlich hier mit dem König nimmt, dann, oh, jetzt habe ich das Brett gedreht. Dann kann ich hier mit dem Springer einen Abzug erreichen und werde die Dame gewinnen. Ja, jetzt bin ich doch die Dame, oder? Hier mit diesem Abzug. Oder nicht? Schach. Da kann sie nirgends dazwischen ziehen, ohne geschlagen zu werden. Hm. Ja, da habe ich wohl die Dame und eine Bombenstellung. Und, ähm. Ja, okay. Das hilft ihm jetzt aber auch nicht mehr viel. Ich meine. Oder geht da noch groß was? Rettet er jetzt seinen Springer oder nimmt er meinen? So oder so habe ich deutlich mehr Material und sollte recht klar auf Gewinn stehen. So, den Springer nehme ich mal. Ich denke, der Rest ist jetzt nicht mal arg spektakulär. Hoffe ich doch mal. Also, ich mache einen Fehler, dann wird es wieder spektakulär. Aber das will ich doch hoffen, dass das nicht vorkommt. So, wie steht es denn vom Material? Er hat noch vier Bauern und ich habe fünf Bauern. Und ich habe, äh, eine Dame mehr. Ja. Sind wohl elf Bauern-Einheiten, ne? Das ist ein bisschen viel. Gut, der Turm ist natürlich ein bisschen unangenehm noch. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich könnte Schach geben, er zieht ihn mit dem Bauer vor. Dann hier wieder Schach. Wenn überhaupt, Moment, möchte ich überhaupt Schach geben? Ähm. Na, ich sehe jetzt mal kein Problem damit. Mit dem Turm dann vielleicht hier rüber. Das ist so ein bisschen die Idee. Oder hier rüber vielleicht. Und mein Springer will sich auch noch ein bisschen mehr integrieren hier und ein bisschen was reißen. Irgendwie hier beim Angriff ein bisschen mithelfen. Vielleicht hier über diese Felder dann auf diesen Schwachpunkt. Oh, das sieht aber schon gefährlich aus. Kann ich doch gleich den Turm hier rüber spielen. Und mal schauen, ob ich hier mit was drohen kann. Dann den Springer hier nach vorne bringen. Oh, das sieht nicht mehr toll für ihn aus. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich ihn hier zu Fall bringen kann. Läufer vielleicht hier hin entwickeln. Das probiere ich mal. Läufer da hin. Drohe ich hier mit. Er darf nicht mit dem Läufer schlagen danach, weil sonst kommt hier dieses Schach und dann verliert er den Turm. Also müsste er wenn, dann wohl mit dem König schlagen. Oder er geht mit dem Springer gleich zurück. Das ist wohl noch vernünftiger, schätze ich mal. Aber dann komme ich mit diesem Springer. Also ich denke jetzt mit, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Aber ich hätte die Dame auch hierhin spielen können, dann die Dame hierhin, um dann mit diesem Schach und gleichzeitig mit dem Turmverlust zu drohen. Also Dame hierhin wäre vielleicht noch stärker gewesen. Das mache ich jetzt. Er kann meine Dame erstmal nicht mit dem Springerzug vertreiben, weil die, da glaube ich den Springer einfach raus. Den schlage ich einfach raus dann. Also da brauche ich dann glaube ich nicht allzu lang warten. Okay, der Turm hängt. Verstehe ich jetzt nicht, was er da vorhat. Ich glaube, er möchte aufgeben. Kann dieses Computerprogramm auch aufgehen? Oder muss man hier bis zum Mathe spielen? Wahrscheinlich bis zum Mathe. Ja, also das ist jetzt Stufe 10. Oder kann man das nochmal nachschauen? Ja, Stufe 10. Okay. Das ist Stufe 10. Okay. Ja gut, am Anfang hat er schon gut gespielt. Das war dann nur gegen Ende so. Ja, ich könnte den Springer hier vorspielen. Ich könnte den Turm einfach opfern hier. Alles sollte zum Gewinn führen. Ich glaube, ich spiele mal den Springer vor. Drohe hier mit Matt. Wobei es noch nicht ganz matt. Aber fast. So gut wie. Sieht sehr bedrohlich aus. Jetzt ist es matt. Oder? Gut, ich habe nichts übersehen. Sehr gut. Und habe hier gegen Stufe 10 gewonnen. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vorsicht. Vielen Dank.